Hallo und willkommen zum Schießstand. Heute geht es um die Standard-Zoom-Objektive für die spiegellosen Vollformat-Kameras von Sony. Wir wollen das Video in zwei Teile aufgliedern. Im ersten Teil stellen wir euch die Objektive vor, erzählen ein bisschen was zu den Eckdaten und kleine Details zur Leistung. Und im zweiten Teil geht es dann ans Pixel-Peeping. Da zeige ich euch ein paar Vergleichsaufnahmen und erzähle was über die optische Qualität der Objektive. Mittlerweile gibt es eine ganz ordentliche Auswahl an Standard-Zoom-Objektiven von Sony. Fünf verschiedene Modelle werden angeboten, von denen wir gerade vier hier haben. Ich habe mit allen dieser vier Objektive über die Jahre Erfahrung gesammelt. Damals an der ersten A7, dann an der A7R Mark II und jetzt an der A7R Mark III. Das fünfte Objektiv im Bunde ist eher für Filmemacher gedacht und erwähnen wir nur am Rande. Links zu allen dieser Objektive findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit dem einfachsten Objektiv. Es ist das 28-70mm OSS. Es wurde damals als Standard-Kit-Objektiv für die A7 vorgestellt und ist wohl eines der leichtesten, kleinsten und günstigsten Standard-Zoom-Vollformat-Objektive. Das Teil kostet im Kit gerade mal einen Aufpreis von ca. 100 Euro. Neu soll man dafür einzeln 400 Euro bezahlen, aber das macht glaube ich kaum jemand. Denn gebraucht gibt es die Dinger für weit unter 200 Euro. Aber viel wichtiger als der Preis ist natürlich die Leistung. Was taugt das Teil? Aber ich muss euch gleich sagen, das ist nicht das passende Objektiv für einen 36 oder 42 Megapixel-Sensor. Die Variable Blende macht das Arbeiten mit dem Objektiv hier nicht unbedingt einfacher. Aber dafür hat man den Bildstabilisator mit an Bord. Optische Schwächen gibt es eigentlich in jeder Brennweite an den Ecken. Dafür ist die Bildmitte meistens schön scharf. Vignettierung und Verzerrung wird von der Kamera gut korrigiert. Aber wenn man das ausschaltet, wird es in den Ecken sehr düster. Auch bei chromatischen Aberrationen und Gegenlicht haben diese kleinen, leichten Objektive meistens bauartbedingt ihre Schwächen. Bei Gegenlicht wird das sehr deutlich, denn das Bild wird dann super kontrastarm und flau. So, das haben alle anderen Objektive aus dem Video hier deutlich besser im Griff. Und auch das Bokeh ist nicht gerade das schönste. Der Autofokus ist im Vergleich zu den anderen Objektiven hier aus dem Video dann auch recht träge. Leider ist das Objektiv nur aus Plastik und fühlt sich dadurch nicht gerade sehr hochwertig an. Und wettergeschützt ist es auch nicht. Dafür wiegt es gerade bei 300 Gramm. Es ist trotzdem ein preiswertes Objektiv für die erste A7-Generation. Und die fehlende Lichtstärke lässt sich durch die gute Empfindlichkeit eines Vollformat-Sensors ausgleichen. Auch schon 2014 vorgestellt mit der A7 das Sony Zeiss 24-70mm Blende 4. Quasi als Empfehlung für die A7R mit ihren 36 Megapixeln. Für 930 Euro sollte man dann schon mehr erwarten können. Und zumindest äußerlich wird man nicht enttäuscht, denn das Ding hat ein ordentliches Metallgehäuse. Leider ist es genauso wenig wetterfest. Aber wiegt dafür auch nur 430 Gramm. Das war das erste Objektiv, was ich damals für meine Alpha 7 hatte. Und das Gute daran, die konstante Blende von 4 und der deutlich schnellere Autofokus. Bei Gegenlicht und bei den chromatischen Aberrationen steckt es das KIT-Objektiv ganz locker in die Tasche. Bei der Randschärfe, der Vignettierung und Verzerrung sieht es aber nicht so viel besser aus. Auch das Bouquet ist nicht unbedingt viel schöner. Aber mir ist damals keines dieser Probleme aufgefallen. Und das wird wahrscheinlich auch den meisten Verwendern dieses Objektivs so gehen. Es ist super leicht und klein und passt eigentlich in jedes Handgepäck. Und es ist immer noch ein guter Allrounder. Ende 2016 hat Sony dann endlich auf die Kritik reagiert und mit dem G-Master 24-70mm 2.8 ein Standard-Zoom-Objektiv für Profis vorgestellt. Und das Ding ist gebaut wie ein riesengroßer Panzer. Verdammt lang, verdammt schwer mit 890 Gramm. Schöne griffige Zoom- und Fokusringe. Wettergeschützt durch die Gummilippe hier hinten am Bayonett. Kostet aber leider auch fette 2000 Euro. Leider fehlt dem Objektiv hier etwas, was die anderen drei aus dem Test haben. Und zwar der Bildstabilisator. Das Objektiv wurde für die zweite A7 Reihe gebaut und die hat ja komplett IBIS. Also den stabilisierten Sensor. Ein Nachteil davon ist aber, dass gerade im Video ein optisch stabilisiertes Objektiv immer noch überlegen ist. Dafür hat das Objektiv eine durchgehende Blende von 2.8 und ein riesiges Frontelement und schnellen und lautlosen Autofokus. Optisch kaum mit Schwächen und laut einigen Tests markenübergreifend eins der besten 24-70mm 2.8 Objektive. Ich hatte damit bisher absolut überhaupt keine Probleme. Und das war meine Go-To-Linse für alle Arbeiten mit Blitz und im Studio. Ohne die kamerainterne Autokorrektur sind Vignettierung und Verzerrung zu sehen. Aber das ist eigentlich bei jedem 24-70mm Objektiv so. Dafür ist das hier schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne im Gegensatz zum Blende 4 Objektiv. Denn sogar offenblendig bei 2.8 ist die Mitte und die Ecken schon gestochen scharf. Wenn man da noch abblendet, wird das Ganze außerordentlich scharf. Alle Objektive in diesem Brennweitenbereich haben ab 50mm offenblendig ein Problem scharf zu bleiben. Dafür sieht man chromatische Operationen mit dem bloßen Auge kaum und das Bokeh ist schön rund und gleichmäßig. Gegenlicht ist für den Kontrast kein Problem. Die Lenzler sind sehr ausgeprägt, aber sehr schön. Das liegt an der Anzahl der Elemente im Objektiv. Trotzdem ist Blende 2.8 für mich einfach nicht weit offen genug. Bei 70mm bekommt man so in Porträts nicht so richtig viel Freistellung rein. Und auch so als Alltags-Immer-Drauf-Linse sind 70mm einfach nicht nah genug dran. Trotzdem ist es wahrscheinlich die erste Wahl für Berufs- und Studiofotografen. Ganz frisch ist das Sony 24-105 Blende 4 und das hat David seit kurzem. Genau und das ist eigentlich der beliebteste Brennweitenbereich für Vollformat-Kit-Objektive. Canon verkauft seit vielen Jahren seine Vollformat-Bodies mit so einem Objektiv als Standard-Ausstattung und auch Nikon hat das 24-120 Blende 4 im Programm. Nur bei Sony hat so ein Objektiv bisher noch vollkommen gefehlt. Auch und speziell für Videos ist diese Brennweite sehr beliebt. Viele verwenden es als immer-Drauf-Objektiv, da man damit einfach sehr viel machen kann. Preislich liegt es mit 1300 Euro zwischen dem Zeiss und dem G-Master und muss sich in vielen Fällen nicht vor dem G-Master verstecken. Trotz der höheren Brennweite und des integrierten Bildstabilisators ist es kleiner und leichter als das G-Master. Man muss aber natürlich mit Blende 4 auskommen. Der Unterschied zwischen den beiden ist auf dem Papier vielleicht noch klein. Trotzdem liegt das Objektiv hier perfekt in der Hand, wenn man es an der A7R III benutzt. Das wirkt wie aus einem Guss und das kann man von dem großen und schweren G-Master nicht unbedingt behaupten. Das Objektiv ist wettergeschützt und aus Metallen. Und bis auf, dass das G nicht orange ist und hier noch ein Schalter für den Bildstabilisator ist, sieht es dem G-Master sehr ähnlich. Und das mit dem Bildstabilisator haben wir ja vorhin schon beim G-Master erwähnt. Der optische Stabilisator ist einfach im Videomodus immer noch überlegen. Mit dem Objektiv und einem ordentlichen Weitwinkelzoom deckt man quasi einen riesengroßen Brennweitenbereich mit nur zwei Objektiven ab. Neben der Verarbeitung ist auch die optische Qualität top. Perfekt zum Beispiel für die A7R III. Jedoch mit einer kleinen Ausnahme. Und zwar, wenn man die automatische Objektivkorrektur ausschaltet, ist die Vignette bei 24mm absolut unerträglich. Egal bei welcher Blende. Schaltet man aber die Korrekturen wieder an, sieht man davon absolut nichts mehr. Und selbst in den Ecken bei Blende 4 ist das Objektiv schon knackscharf. Dann kommen wir jetzt zu den Sonderfällen. Mit dem 28-135 Blende 4 Powerzoom OSS, was auch noch als Standardzoomobjektiv durchgeht. Das ist auch ein Objektiv speziell für Filmemacher. Verdammt groß, riesig schwer, mit 95mm Filtergewinde, mit ordentlich griffigen Ringen für Zoom, Fokus und Blende. Das ist Powerfocal, also das heißt, es verändert den Fokuspunkt beim Zoom nicht und das atmet auch nicht beim Fokussieren. Noch dazu hat es unten so eine Stativschelle dran, damit das Gewicht des Objektivs nicht einzig an der Kamera hängt. Man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass das nur jemand zum Fotografieren mit rumschleppt. Und das ist mit 2000 Euro genauso teuer wie das G-Master. Das war es jetzt mit der Objektivvorstellung und jetzt geht es zu Davids Pixelpeeping. Hallo und willkommen jetzt zum Pixelpeeping-Teil. Die ganzen RAW-Fotos von allen Objektiven findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung als Download verlinkt, so dass ihr euch das Ganze selber nochmal anschauen könnt. Ich blende auch immer mal die Bilder hier in der Detailansicht ein. Jetzt schauen wir uns erstmal das 28-70mm Objektiv an. Das ist jetzt eine Aufnahme bei 28mm, komplett offenblendig bei Blende 3,5. Die Bildmitte sieht dabei schön scharf aus, damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Hier in den Ecken lässt die Schärfe stark nach, das sieht man hier an den unscharfen Ästen und man erkennt hier auch deutliche chromatische Aberrationen an den Kontrastkanten. Und hier ist auch eine starke Vignette zu sehen, also das Ganze wird zum Rand hin dunkler. Hier oben wird das schön deutlich, eigentlich müsste das alles gleichfarbig sein, aber das sieht so aus, als wäre die Wolke hier oben dunkler als hier. Ist ja aber nicht. Die Details im Gras hier unten rechts, die fehlen komplett. Das heißt, die Eckenschärfe von dem Objektiv ist echt nicht so richtig zu gebrauchen. Am Rand sieht es gar nicht so schlecht aus, hier jetzt zum Beispiel wie bei den Häusern oder bei den Details von den Windrädern hier hinten. Aber schauen wir uns mal an, wie das dann abgeblendet aussieht. Das ist jetzt Blende 5,6. Und da ist die Mittenschärfe natürlich noch besser als offenblendig. Und auch die Ecken hier zeigen jetzt ein paar Details. Hier oben seht ihr schon, die Vignette hat sich verflüchtigt und die Schärfe in den Ästen hier oben geht auch langsam in Ordnung. Die chromatischen Aberrationen lassen sich aber durch Abblenden nicht verhindern. Schauen wir mal, wie es bei 50 mm aussieht. Das ist jetzt 50 mm bei Blende 4,5, also offenblendig für dieses Objektiv. Die Bildmitte sieht auf den ersten Blick scharf aus, aber wenn man sich hier so die Kanten der Äste anschaut, ist das nicht ganz knackscharf. Und die Ecken, naja, die Ecken sind eigentlich Matsch. Das ist nicht wirklich nutzbar. Am Rand hin sieht es auch nicht so viel besser aus. Und hier oben natürlich auch nicht. Hier im Gras sind kaum Details zu sehen. Schauen wir mal, wie es dann abgeblendet auf Blende 8 aussieht. Da hat man hier schon deutlich mehr Details in den Ecken. Oder auch die Mittenschärfe ist deutlich besser. Schauen wir uns noch kurz 70 mm an. Bei 70 mm die Bildmitte, naja, offenblendig. Das geht so. Und die Ecken sind quasi nicht nutzbar offenblendig. Also das ist gar nichts. Außer Matsch. Mal jetzt wieder abblenden. Auf, sagen wir mal, oh ne, Blende 11 ist zu viel. Nehmen wir mal Blende 8. Dann geht die Mitte wieder relativ gut durch. Und auch die Ecken werden brauchbar. So, schauen wir uns als nächstes mal das 24 bis 70 mm Blende 4 an. Das ist die Weitwinkeleinstellung, also 24 mm. Natürlich bei Blende 4. Es hat ja eine durchgehende Blende. Schauen wir mal in die Bildmitte. Das sieht ganz gut aus, aber nicht phänomenal gut. Also das könnte schon schärfer sein hier so an den Ästen. Die Vignette ist sehr stark ausgeprägt. Sieht man wieder hier oben an der Ecke deutlich. Und auch hier unten. Die Eckenschärfe ist auch nicht gerade toll. Also da könnte man schon mehr Details erwarten von einem Objektiv, was 1000 Euro kostet. Und wie sieht es dann abgeblendet aus? Nehmen wir mal Blende 8. Das ist meistens so der Sweet Spot der Objektive, also die Einstellungen, in der sie am schärfsten sind. Sieht man schon deutlich weniger Vignette und viel, 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 viel mehr Details in den Ecken. Ja, sehr viel besser. Und auch die Bildmitte ist knackscharf dann. So, schauen wir uns mal 50 mm an. Bei 50 mm die Bildmitte, naja. Kann man auf den ersten Blick jetzt nichts richtig Negatives erkennen, aber es haut einen jetzt von der Schärfe auch nicht um. Die Ecken gehen in Ordnung, auf jeden Fall deutlich besser als das 28 bis 70 vorhin. Und es ist auch nur eine leichte Vignette zu sehen. Da kann dann eigentlich abgeblendet nicht mehr so viel besser werden, ja, außer dass die Vignette weggeht. Und dass man hier noch mehr Details in den Ecken zu sehen bekommt. Ja, bei Blende 8 ist dann die Bildmitte wirklich deutlich schärfer als bei dem Blende 4 Bild hier vorher. Und schauen wir mal, wie es sich bei 70 mm schlägt. Bei 70 mm ist die Bildmitte, naja, nicht so wirklich toll scharf. Nee, der Fokus müsste hier irgendwo auf dem Haus liegen. Und die Ecken fallen wieder sehr stark ab. Also am besten ist es wahrscheinlich wirklich bei 50 mm. Aber abblenden hilft bei diesem Objektiv eigentlich in jeder Einstellung enorm. Sieht man hier schön, die Ecken sind dann wirklich brauchbar scharf, kaum Vignette. Aber das hilft einem natürlich nicht, wenn man zum Beispiel Low-Light-Aufnahmen macht, wo man nicht einfach mal schnell auf Blende 8 runter kann. Ja, das sieht dann wirklich gut aus in der Bildmitte bei Blende 8. Und weiter geht's mit dem 24-70 G Master 2.8. Das ist die 24 mm Weitwinkel-Einstellung. Da schauen wir uns mal die Bildmitte an. Ja, die Bildmitte sieht schon mal gut scharf aus. In den Ecken ist eine deutliche Vignette zu sehen, aber dafür auch sehr viele Details. Also hier auf dem Boden, im Gras. Das ist sehr scharf in den Ecken. Gerade hier oben sieht man das deutlich. Deutlich weniger chromatische Aberrationen als die anderen beiden Objektive. Deutlich schärfer bis in die Ecke. Nur halt die Vignette, die sich aber sehr leicht mit der Profilkorrektur des Objektivs entfernen lässt. Blenden wir das mal ab auf Blende 5.6. Und dann sieht man hier schon keinerlei Vignette mehr sichtbar. Das Objektiv ist bis in die Ecken rein scharf. Und die Bildmitte ist natürlich noch schärfer als vorher schon. Also da gibt es absolut nichts zu meckern. Gehen wir mal Richtung 50 mm. Gut, 51. Ja, scheiß auf den Millimeter. Bildmitte sieht auf den ersten Blick sehr scharf aus. Wirklich sehr gut. Kaum Vignette bei Blende 2.8. Hier bei 50 mm sind die Ränder ein bisschen weicher als vorhin bei 24 mm. Aber das ist zu verkraften. Weil wenn man dann auf Blende 4 geht, sieht das wahrscheinlich schon deutlich besser aus. Ja, sieht schon bei Blende 4 wirklich viel besser aus. Und bei Blende 5.6 gibt es dann gar nichts mehr zu meckern. Und die Bildmitte, die ist dann wirklich ohne Wenn und Aber knack scharf. Weiter zu 70 mm Einstellungen. Blende 2.8. Schauen wir uns mal die Bildmitte an. Ja, jetzt sieht man hier schon, der Ast ist nicht mehr im Fokus. Weil der Fokus eigentlich auf dem Haus lag. Und das sieht alles ordentlich knack scharf aus. Hier an dem Ästelchen sieht man keine Unschärfe oder sowas. In den Ecken ist es nicht wirklich sehr scharf. Aber probieren wir mal wieder ein bisschen abzublenden. Auf Blende 4 wird es in den Ecken schon deutlich schärfer. Auf Blende 5.6 ist an den Ecken dann nichts mehr auszusetzen. Und die Bildmitte, die ist komplett super scharf. Ohne irgendwelche Einschränkungen. So, und dann weiter zum neuesten Stück in unserem kleinen Vergleich. Dem 24-105 Blende 4. Das ist hier 24 mm bei Offenblende Blende 4. Und ihr seht schon auf den ersten Blick etwas, was mich fast umgehauen hat. Als ich hier die Profilkorrektur ausgeschaltet habe. Und zwar die Vignette. Was ist denn das hier bitte? Wir haben das ja vorhin schon erwähnt, aber sowas geht einfach gar nicht. Die Ecken, gerade hier oben rechts, die ist fast schwarz. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was passiert, wenn ich die Profilkorrektur aktiviere. Ist davon nichts mehr zu sehen. Aber es muss ja eigentlich auch ohne Profilkorrektur funktionieren. Und das Schlimme ist, das Objektiv ist eigentlich bis in die Ecken hinein scharf. Schärfer als alle anderen Objektive. Also man sieht hier schön, auf dem Fußboden sind selbst bei Blende 4 noch alle Details vorhanden. Und hier unten das Gras ist knackscharf. Nur die Vignette in den Ecken stört vollkommen. Wenn wir jetzt ein bisschen abblenden, geht die Vignette leider auch nicht weg. Selbst auf Blende 8 ist die Vignette noch zu sehen, wenn man die Profilkorrektur ausschaltet. Also die sollte man auf jeden Fall anlassen. Sollte man wahrscheinlich sowieso bei jedem Objektiv. Aber ich will euch jetzt zeigen, was das Glas selbst kann. Ohne jetzt irgendwelche kamera-internen Korrekturen oder ohne irgendwelche Lightroom-Tricks. Bei Blende 8 sieht man hier schon, das ist wahnsinnig scharf, die Ecken. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Ich würde sagen, das ist das schärfste Objektiv von allen im Weitwinkel. An der Bildmitte kann man das nicht so super gut erkennen. Ob es jetzt schärfer ist als das 24-70 GM. Aber ich denke mal, das ist auf dem selben Level. Gehen wir weiter auf 50 Millimeter. Bei 50 Millimeter sieht die Bildmitte super aus. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Und auch wieder die Ränder, die Ecken knackscharf. Das ist wirklich bemerkenswert. Hier ist jetzt auch überhaupt keine Vignette mehr zu sehen. Die Vignette gibt es nur bei 24 Millimeter. Und das hier, die Eckenschärfe, das ist außerordentlich gut. Bringt an Abblenden eigentlich kaum noch was. Aber wir schauen uns mal kurz an, was bei Blende 8 passiert. Ja, natürlich geht ein bisschen Randvignettierung flöten. Aber an der Schärfe in den Ecken verändert sich nicht mehr allzu viel. Die 70 Millimeter überspringen wir jetzt hier mal und schauen uns mal gleich die 105 Millimeter an. Offenblendig sieht die Bildmitte am Haus gut aus. Sehr gut sogar. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Und die Ränder kann man jetzt vielleicht nur hier unten einschätzen. Also selbst hier unten die Ecke mit dem Hausdach. Absolut nichts dran. Knackscharf bis in die Ecken wieder bei Blende 4. Ich habe schon gesehen, hier bei den abgeblendeten Aufnahmen haben wir jetzt ein kleines Problem. Und zwar hat er da irgendwie der Autofokus gesponnen und hier auf die Äste scharf gestellt. Deswegen kann man das jetzt schlecht vergleichen. Aber wenn schon offenblendig die Ecken knackscharf sind, dann kann man wahrscheinlich auf die Bewertung der abgeblendeten Bilder verzichten. So, das war es jetzt mit unserem Pixelpeeping und weiter geht's. Wir hoffen, unser Video hat euch bei eurer Kaufentscheidung ein bisschen geholfen. Wenn ihr noch Fragen zu den einzelnen Objektiven habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare stellen. Und wenn ihr euch eins dieser Objektive kaufen wollt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das über den Link unten in der Videobeschreibung macht. Denn das unterstützt unsere Arbeit ja ein bisschen. Jetzt liked noch unser Video und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.